Sarah, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Nein, Mama, habe ich noch nicht. Ich habe dir gesagt, gute Kinder räumen ihr Zimmer auf. Ja, das hast du gesagt. Ich möchte aber ein bisschen spüren und dann aufräumen. Ja, das hast du gesagt. Ich möchte aber ein bisschen spüren und dann aufräumen. Okay, vor dem Schlafen musst du dein Zimmer aufräumen. Okay, Mama, mache ich. Okay, Mama, mache ich. Sarah, es ist 18 Uhr. Du hast immer noch nicht dein Zimmer aufgeräumt. Ja, Mama, aber ich weiß es nicht. Ich habe dir gesagt, was du machen sollst. Ich habe dir gesagt, was du machen sollst. Ja, du hast mir gesagt. Ich habe mir gesagt, ich habe vergessen. Wie räume ich mein Zimmer auf? Du musst mehrere Sachen machen. Du musst mehrere Sachen machen. Es ist mir zu kompliziert. Wie mache ich das? Papierkorb machst du leer. Papierkorb machst du leer. Mach den Staubsauger an und sauge damit den Boden. Mach den Staubsauger an und sauge damit den Boden. Du wischst den Boden mit Reinigungsmittel. Du wischst den Boden mit Reinigungsmittel. So entsteht ein schöner Duft. Du machst die Fenster auf. So kommt frische Luft rein. Du machst die Fenster auf. So kommt frische Luft rein. Du packst deine Spiele in den Schrank. Deine schmutzige Wäsche bringst du in die Waschmaschine. Deine schmutzige Wäsche bringst du in die Waschmaschine. Morgen nach dem Aufstehen machst du dein Bett ordentlich. Oh Mama, das ist mir zu viel. Oh Mama, das ist mir zu viel. Ich kann das alleine nicht machen. Ich kann das alleine nicht machen. Nein, das ist die Regel. Gewöhne dich daran. Nein, das ist die Regel. Gewöhne dich daran. Das machst du nur zweimal in der Woche. Das machst du nur zweimal in der Woche. Kannst du mir helfen, Mama? Kannst du mir helfen, Mama? Nächstes Mal mache ich das alleine. Ja, ich helfe dir. Du musst mir versprechen, dass du es das nächste Mal alleine machst. Du musst mir versprechen, dass du es das nächste Mal alleine machst. Ja, Mama, ich verspreche es dir. Ja, Mama, ich verspreche es dir. Okay, hol die Putzmittel und den Staubsauger ins Zimmer. Okay, hol die Putzmittel und den Staubsauger ins Zimmer. Ich komme in drei Minuten. Ich fange sofort an. Du bist die beste Mama in der Welt. Ich fange sofort an. Du bist die beste Mama in der Welt. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Was? Ich habe dir vorher gesagt, du sollst deine Hausaufgaben machen. Was? Ich habe dir vorher gesagt, du sollst deine Hausaufgaben machen. Es tut mir leid, Mama. Es tut mir leid, Mama. Morgen ist Feiertag. Morgen ist Feiertag. Ich dachte, dass ich meine Hausaufgaben morgen machen kann. Ich verzeihe dir dieses Mal. Aber nächstes Mal sage ich Papa Bescheid. Aber nächstes Mal sage ich Papa Bescheid. Okay, ich verspreche es dir. Jetzt bin ich noch nicht müde. Jetzt bin ich noch nicht müde. Ich möchte nicht ins Bett gehen. Ich möchte nicht ins Bett gehen. Es ist schon spät. Du musst trotzdem ins Bett gehen. Du musst trotzdem ins Bett gehen. Mama, ich kann jetzt nicht ins Bett gehen. Lass mich noch ein bisschen spielen. Lass mich noch ein bisschen spielen. Nein, du darfst jetzt auf keinen Fall Spiele zocken. Versuch einfach, deine Augen zu schließen und nicht zu denken. Versuch einfach, deine Augen zu schließen und nicht zu denken. Das habe ich aber schon versucht. Ich konnte trotzdem nicht einschlafen. Ich konnte trotzdem nicht einschlafen. Versuch, die Schafe zu zählen. Versuch, die Schafe zu zählen. Dann kannst du bestimmt einschlafen. Dann kannst du bestimmt einschlafen. Was? Das hilft mir gar nicht zu schlafen. Was? Das hilft mir gar nicht zu schlafen. Ich habe es mehrmals versucht. Dann versuch mal, leise Musik zu hören. Mit leiser Musik schläfst du bestimmt ein. Mit leiser Musik schläfst du bestimmt ein. Das funktioniert bei mir wirklich nicht. Das funktioniert bei mir wirklich nicht. Wie gesagt, es ist schon zu spät. Du darfst nicht aufbleiben. Du darfst nicht aufbleiben. Sonst sage ich deinem Vater Bescheid. Bitte lass mich aufbleiben. Bitte lass mich aufbleiben. Wenn ich müde bin, gehe ich sofort ins Bett. Wenn ich müde bin, gehe ich sofort ins Bett. Ich kenne dich sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Wenn ich das zulasse, bleibst du die ganze Nacht auf. Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Nein, du gehst sofort ins Bett. Nein, du gehst sofort ins Bett. Also, gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh. Du siehst blass aus. Bist du krank? Du siehst blass aus. Bist du krank? Ja, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Du siehst müde aus. Hast du hohe Temperaturen? Ja, mir ist sehr warm. Ja, mir ist sehr warm. Komm, ich fahre dich zum Arzt. Okay. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Kind ist krank. Sie hat hohe Temperaturen. Ich messe mal kurz. Ich messe mal kurz. Ich messe mal kurz. Ja. Hast du heute etwas gegessen? Hast du heute etwas gegessen? Nein, ich habe keine Lust auf Essen. Nein, ich habe keine Lust auf Essen. Kannst du dich gut bewegen? Nein, ich habe überall Schmerzen. Nein, ich habe überall Schmerzen. Du hast Grippe. Du hast Grippe. Diese Krankheit ist bekannt. Viele Menschen bekommen diese Krankheit. Viele Menschen bekommen diese Krankheit. ja. In meiner Schule bekommen viele Schüler Gretter. Du musst viel Wasser trinken. Du musst viel Wasser trinken. Bleib bitte im Bett und beweg dich nicht viel. Ich verschreibe ihrem Kind die Medikamente. Ich verschreibe ihrem Kind die Medikamente. Die Medikamente sollen ihr helfen. Sie sollte die Medikamente zweimal täglich einnehmen. Sie können die Medikamente bei der Apotheke kaufen. Sie können die Medikamente bei der Apotheke kaufen. Danke, Frau Doktor. Muss sie noch was beachten? Danke, Frau Doktor. Muss sie noch was beachten? Ja, sie sollte warme Kleidung anziehen. Die Kälte ist nicht gut für sie. Die Kälte ist nicht gut für sie. Okay, ich mache das. Ich wünsche dir gute Besserung. Danke, Frau Doktor. Tschüss. Danke, Frau Doktor. Tschüss. Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Ich wohne seit fünf Jahren hier in Berlin. Ich wohne seit fünf Jahren hier in Berlin. Du kommst aus Berlin? Du kommst aus Berlin? Ja, ich bin hier geboren. Ja, ich bin hier geboren. Meine Eltern kommen aus Belgien. Meine Eltern kommen aus Belgien. Welche Sprache spricht man in Frankreich? Welche Sprache spricht man in Frankreich? In Frankreich spricht man Französisch? In Belgien spricht man auch Französisch, nicht wahr? Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Die Amtssprache in Belgien ist Deutsch, Niederländisch und Französisch. Sehr schön, du hast drei Sprachen gelernt. Ich kann drei Sprachen sprechen. Ich unterhalte mich mit meinen Freunden die meiste Zeit auf Deutsch. Ja, ich auch. Alle meine Freunde sind hier in Berlin. Deine Großeltern wohnen noch in Frankreich? Deine Großeltern wohnen noch in Frankreich? Ja, meine Oma und mein Opa leben in Paris. Ja, meine Oma und mein Opa leben in Paris. Wann besuchst du deine Großeltern? Wann besuchst du deine Großeltern? Wenn wir unseren Urlaub nehmen. Wir fahren alle gemeinsam nach Paris. Wir fahren alle gemeinsam nach Paris. Mein Opa wohnt bei uns. Mein Opa wohnt bei uns. Meine Oma ist vor ein paar Jahren gestorben. Meine Oma ist vor ein paar Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Mein Opa erzählt mir lustige Geschichten. Er war lange Zeit auf Reisen. Er war lange Zeit auf Reisen. Welche Städte hat er besucht? Mein Opa war fast überall auf der Welt. Und deswegen hat er so viele Geschichten. Meine Mutter liest mir Geschichten vor. Sie kann sehr gut vorlesen. Meine Mutter auch. Meine Mutter auch. Oft schlafe ich ein, während sie mir vorliest. Ihre Stimme klingt so beruhigend. Ihre Stimme klingt so beruhigend. Das ist auch gut so. Wir müssen früh aufstehen. Genau, weil die Schule um 7 Uhr beginnt. Genau, weil die Schule um 7 Uhr beginnt. Entschuldigen Sie. Wie viel kostet die Mikrowelle? Entschuldigen Sie. Sie kostet 50 Euro. Sie kostet 50 Euro. Ist sie von der Marke Samsung? Ja, eine berühmte Marke. Funktioniert sie ohne Probleme? Funktioniert sie ohne Probleme? Ja, sie funktioniert wie es sein soll. Wie alt ist die Mikrowelle? Wie alt ist die Mikrowelle? Ungefähr 5 Jahre. Aber sie ist noch im guten Zustand. Das Gerät ist alt. Vielleicht geht sie schnell kaputt. Sie ist alt, aber man hat sie nicht oft benutzt. Die Mikrowelle hat wenige Gebrauchssporen. Die Mikrowelle hat wenige Gebrauchssporen. Ja, stimmt, aber der Preis für eine 7 Jahre alte Mikrowelle ist zu hoch. Ja, dafür hat sie viele Funktionen und sieht noch gut aus. Ich habe sie auf Funktion geprüft. Ich habe sie auf Funktion geprüft. Ich kann Ihnen 30 Euro anbieten. Ich kann Ihnen 30 Euro anbieten. Ich denke, das ist ein guter Preis. Das Gerät ist alt und benutzt. Das Gerät ist alt und benutzt. Sie können die Mikrowelle für 40 Euro haben. Sie können die Mikrowelle für 40 Euro haben. 30 Euro ist ein niedriger Preis. 30 Euro ist ein niedriger Preis. Lassen Sie uns in der Mitte treffen. Lassen Sie uns in der Mitte treffen. 35 Euro und wir sind beide zufrieden. Okay, dann können Sie die Mikrowelle haben. Okay, dann können Sie die Mikrowelle haben. Ich nehme die mit. Kann ich das Gerät zurückbringen, wenn es nicht funktioniert? Nein, Sie können nicht. Ich gebe keine Garantie für meine Waren. Wir sind auf dem Flohmarkt. Nein, Mama. Nein, Mama. Habe ich noch nicht. Nein, Mama. Habe ich noch nicht. Ich habe dir gesagt, gute Kinder räumen ihr Zimmer auf. Ja, das hast du gesagt. Ich möchte aber ein bisschen spielen und dann aufräumen. Okay, vor dem Schlafen musst du dein Zimmer aufräumen. Okay, vor dem Schlafen musst du dein Zimmer aufräumen. Okay, Mama. Mache ich. Okay, Mama. Mache ich. Sarah, es ist 18 Uhr. Du hast immer noch nicht dein Zimmer aufgeräumt. Ja, Mama, aber ich weiß es nicht. Ich habe dir gesagt, was du machen sollst. Ich habe dir gesagt, was du machen sollst. Ja, du hast mir gesagt. Ich habe vergessen. Ja, du hast mir gesagt. Ja, du hast mir gesagt. Ich habe vergessen. Wie räume ich mein Zimmer auf? Wie räume ich mein Zimmer auf? Du musst mehrere Sachen machen. Du musst mehrere Sachen machen. Es ist mir zu kompliziert. Wie mache ich das? Es ist mir zu kompliziert. Es ist mir zu kompliziert. Wie mache ich das? Papierkorb machst du leer. Mach den Staubsauger an und sauge damit den Boden. Mach den Staubsauger an und sauge damit den Boden. Du wischst den Boden mit Reinigungsmittel. Du wischst den Boden mit Reinigungsmittel. So entsteht ein schöner Duft. Du machst die Fenster auf. So kommt frische Luft rein. Du machst die Fenster auf. So kommt frische Luft rein. Du packst deine Spiele in den Schrank. Deine schmutzige Wäsche bringst du in die Waschmaschine. Morgen nach dem Aufstehen machst du dein Bett ordentlich. Morgen nach dem Aufstehen machst du dein Bett ordentlich. Oh Mama, das ist mir zu viel. Oh Mama, das ist mir zu viel. Ich kann das alleine nicht machen. Ich kann das alleine nicht machen. Nein, das ist die Regel. Gewöhne dich daran. Das machst du nur zweimal in der Woche. Das machst du nur zweimal in der Woche. Kannst du mir helfen, Mama? Kannst du mir helfen, Mama? Ja, nächstes Mal mache ich das alleine. Nächstes Mal mache ich das alleine. Ja, ich helfe dir. Du musst mir versprechen, dass du es das nächste Mal alleine machst. Du musst mir versprechen, dass du es das nächste Mal alleine machst. Ja, Mama, ich verspreche es dir. Okay, hol die Putzmittel und den Staubsauger ins Zimmer. Okay, hol die Putzmittel und den Staubsauger ins Zimmer. Ich komme in drei Minuten. Ich fange sofort an. Du bist die beste Mama in der Welt. Ich fange sofort an. Du bist die beste Mama in der Welt. Ich habe dich lieb. Ist es nicht schon zu spät für dich? Ist es nicht schon zu spät für dich? Ich habe aber meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Was? Ich habe dir vorher gesagt, du sollst deine Hausaufgaben machen. Was? Ich habe dir vorher gesagt, du sollst deine Hausaufgaben machen. Es tut mir leid, Mama. Es tut mir leid, Mama. Morgen ist Feiertag. Morgen ist Feiertag. Ich dachte, dass ich meine Hausaufgaben morgen machen kann. Ich verzeihe dir dieses Mal. Ich verzeihe dir dieses Mal. Aber nächstes Mal sage ich Papa Bescheid. Aber nächstes Mal sage ich Papa Bescheid. Okay, ich verspreche es dir. Jetzt bin ich noch nicht müde. Jetzt bin ich noch nicht müde. Ich möchte nicht ins Bett gehen. Ich möchte nicht ins Bett gehen. Es ist schon spät. Du musst trotzdem ins Bett gehen. Du musst trotzdem ins Bett gehen. Mama, ich kann jetzt nicht ins Bett gehen. Lass mich noch ein bisschen spielen. Lass mich noch ein bisschen spielen. Nein, du darfst jetzt auf keinen Fall Spiele zocken. Versuch einfach, deine Augen zu schließen und nicht zu denken. Versuch einfach, deine Augen zu schließen und nicht zu denken. Das habe ich aber schon versucht. Das habe ich aber schon versucht. Ich konnte trotzdem nicht einschlafen. Versuch, die Schafe zu zählen. Versuch, die Schafe zu zählen. Dann kannst du bestimmt einschlafen. Dann kannst du bestimmt einschlafen. Was? Das hilft mir gar nicht zu schlafen. Was? Das hilft mir gar nicht zu schlafen. Ich habe es mehrmals versucht. Ich habe es mehrmals versucht. Dann versuch mal, leise Musik zu hören. Mit leiser Musik schläfst du bestimmt ein. Mit leiser Musik schläfst du bestimmt ein. Das funktioniert bei mir wirklich nicht. Warum kann ich nicht aufkleiden? Warum kann ich nicht aufkleiden? Wie gesagt, es ist schon zu spät. Wie gesagt, es ist schon zu spät. Du darfst nicht aufbleiben. Du darfst nicht aufbleiben. Sonst sage ich deinem Vater Bescheid. Bitte lass mich aufbleiben. Bitte lass mich aufbleiben. Wenn ich müde bin, gehe ich sofort ins Bett. Wenn ich müde bin, gehe ich sofort ins Bett. Ich kenne dich sehr gut. Wenn ich das zulasse, bleibst du die ganze Nacht auf. Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Ich verspreche es dir. Nein, du gehst sofort ins Bett. Nein, du gehst sofort ins Bett. Also, gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh. Du siehst blass aus. Bist du krank? Du siehst blass aus. Bist du krank? Ja, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Du siehst müde aus. Hast du hohe Temperaturen? Ja, mir ist sehr warm. Ja, mir ist sehr warm. Komm, ich fahre dich zum Arzt. Okay. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Kind ist krank. Sie hat hohe Temperaturen. Ich messe mal kurz. Ich messe mal kurz. Neununddreißig Grad. Das ist hoch. Neununddreißig Grad. Das ist hoch. Hast du schnupfen? Ja. Ja. Hast du heute etwas gegessen? Nein. Nein. Ich habe keine Lust auf Essen. Kannst du dich gut bewegen? Kannst du dich gut bewegen? Nein. Nein. Ich habe überall Schmerzen. Nein. Ich habe überall Schmerzen. Du hast Grippe. Du hast Grippe. Diese Krankheit ist bekannt. Viele Menschen bekommen diese Krankheit. Viele Menschen bekommen diese Krankheit. Ja. In meiner Schule bekommen viele Schüler Gretter. Du musst viel Wasser trinken. Du musst viel Wasser trinken. Bleib bitte im Bett und beweg dich nicht viel. Ich verschreibe ihrem Kind die Medikamente. Ich verschreibe ihrem Kind die Medikamente. Die Medikamente sollen ihr helfen. Sie sollte die Medikamente zweimal täglich einnehmen. Sie können die Medikamente bei der Apotheke kaufen. Danke, Frau Doktor. Muss sie noch was beachten? Danke, Frau Doktor. Muss sie noch was beachten? Ja. Sie sollte warme Kleidung anziehen. Ja. Sie sollte warme Kleidung anziehen. Die Kälte ist nicht gut für sie. Die Kälte ist nicht gut für sie. Okay. Ich mache das. Okay. Ich mache das. Ich wünsche dir gute Besserung. Ich wünsche dir gute Besserung. Danke, Frau Doktor. Tschüss. Danke, Frau Doktor. Tschüss. Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Und dir? Mir geht's gut. Danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Woher kommst du? Woher kommst du? Mir geht's auch gut. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Ich wohne seit fünf Jahren hier in Berlin. Du kommst aus Berlin? Ja, ich bin hier geboren. Meine Eltern kommen aus Belgien. Welche Sprache spricht man in Frankreich? In Frankreich spricht man Französisch. In Belgien spricht man auch Französisch, nicht wahr? Ja, du hast recht. Die Amtssprache in Belgien ist Deutsch, Niederländisch und Französisch. Die Amtssprache in Belgien ist Deutsch, Niederländisch und Französisch. Sehr schön. Du hast drei Sprachen gelernt. Sehr schön. Du hast drei Sprachen gelernt. Ich kann drei Sprachen sprechen. Ich unterhalte mich mit meinen Freunden die meiste Zeit auf Deutsch. Ich unterhalte mich mit meinen Freunden die meiste Zeit auf Deutsch. Ja, ich auch. Alle meine Freunde sind hier in Berlin. Deine Großeltern wohnen noch in Frankreich? Deine Großeltern wohnen noch in Frankreich? Ja, meine Oma und mein Opa leben in Paris. Wann besuchst du deine Großeltern? Wann besuchst du deine Großeltern? Wenn wir unseren Urlaub nehmen. Wir fahren alle gemeinsam nach Paris. Mein Opa wohnt bei uns. Meine Oma ist vor ein paar Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Mein Opa erzählt mir lustige Geschichten. Er war lange Zeit auf Reisen. Er war lange Zeit auf Reisen. Welche Städte hat er besucht? Mein Opa war fast überall auf der Welt. Mein Opa war fast überall auf der Welt. Und deswegen hat er so viele Geschichten. Und deswegen hat er so viele Geschichten. Meine Mutter liest mir Geschichten vor. Sie kann sehr gut vorlesen. Sie kann sehr gut vorlesen. Meine Mutter auch. Meine Mutter auch. Oft schlafe ich ein, während sie mir vorliest. Ihre Stimme klingt so beruhigend. Ihre Stimme klingt so beruhigend. Das ist auch gut so. Wir müssen früh aufstehen. Genau, weil die Schule um 7 Uhr beginnt. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Wie viel kostet die Mikrowelle? Entschuldigen Sie. Wie viel kostet die Mikrowelle? Sie kostet 50 Euro. Ist sie von der Marke Samsung? Ja, eine berühmte Marke. Funktioniert sie ohne Probleme? Funktioniert sie ohne Probleme? Ja, sie funktioniert, wie es sein soll. Ja, sie funktioniert, wie es sein soll. Wie alt ist die Mikrowelle? Wie alt ist die Mikrowelle? Ungefähr fünf Jahre. Aber sie ist noch im guten Zustand. Das Gerät ist alt. Vielleicht geht sie schnell kaputt. Sie ist alt, aber man hat sie nicht oft benutzt. Die Mikrowelle hat wenige Gebrauchssporen. Die Mikrowelle hat wenige Gebrauchssporen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber der Preis für eine sieben Jahre alte Mikrowelle ist zu hoch. Ja, dafür hat sie viele Funktionen und sieht noch gut aus. Ich habe sie auf Funktion geprüft. Ich habe sie auf Funktion geprüft. Ich kann ihnen 30 Euro anbieten. Ich kann ihnen 30 Euro anbieten. Ich denke, das ist ein guter Preis. Das Gerät ist alt und benutzt. Das Gerät ist alt und benutzt. Sie können die Mikrowelle für 40 Euro haben. 30 Euro ist ein niedriger Preis. 30 Euro ist ein niedriger Preis. Lassen Sie uns in der Mitte treffen. 35 Euro und wir sind beide zufrieden. 35 Euro und wir sind beide zufrieden. Okay, dann können Sie die Mikrowelle haben. Ich nehme die mit. Kann ich das Gerät zurückbringen, wenn es nicht funktioniert? Ich nehme die mit. Kann ich das Gerät zurückbringen, wenn es nicht funktioniert? Nein, Sie können nicht. Ich gebe keine Garantie für meine Waren. Wir sind auf dem Flohmarkt. 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 Wir sind auf dem Flohmarkt.